Oh, falsche Steine eingesetzt, na super. Warum will er nicht? Es gibt hier keine Größenbeschränkungen in diesem System. Die haben wir jetzt? Also nicht, dass ich wüsste, dass es eine Größenbeschränkung gibt. Selbst wenn, ich habe ja das System hier unten schon mal gekappt. Mein Freund, der Baum ist tot, ja. Nein, nein. Ich trenne das jetzt hier nochmal ab. So, jetzt ist das System nur noch mit der Hälfte verbunden. Woanders gab es auch keine Verbindung mehr, es war nur die einzige Dichter. Gut, dann müsste er, jetzt hat er ja nur noch die Hälfte an Kisten, müsste er locker funktionieren damit. Aber nee, ist nicht so. Und ich verstehe nicht, warum. Ist das hier nicht Broken Iron? Das ist Broken Aluminium. Alles klar, ich glaube ich jetzt die Broken Aluminium. Wo gehört das hin? Da? Irgendwo mit hier. Rückplates? Nein, natürlich nicht. Hier? Nein? In welchem Interface? Ich habe doch hier ja schon umgestellt. Und ich habe es ja gerade hier getestet. Hier geht es ja. Ja, Delphine, mach das mal. Ich checke es einfach gerade nicht. Hier, wenn ich hier das hier drin habe. Nee, warte mal. Passt auf, ich mache das hier. Ich probiere das nochmal. Ich haue hier das rein. Und sobald ich das hier rein tue, fliegt das darüber, so wie es sich gehört. Weil es das nicht gibt, fliegt es nicht rüber. Gut, soweit verstanden. So, jetzt ist hier zum Beispiel Redstone drin. Und Redstone haben wir hier. Müsste also dahin fliegen. Verbindung ist alles da, ist alles Sortingschests unterwegs? Ja. Also es müsste dahin fliegen, sobald es an einer neuen Stelle ist. Aber hier, es passiert gar nichts. Zum blöden Emerald in der Tasche haben wir schon Emeralds irgendwo da unten. Wieso haben wir eigentlich so viel O? Ich stelle mal in der Zwischenzeit bei Hand alles weg. Mg. Mg kommt da unten hin. Noch mehr O. Gold. Glowstone, Redstone, Dings, Emeralds. Aber so schnell komme ich ja nicht hinterher. Und das muss ja auch klappen, wenn ich das sortieren. Das hat ja bis jetzt immer geklappt. Gold muss da rein. Mach mal O unter die Kiste. Wie O unter die Kiste? Was? Verstehe ich nicht. Was meinst du mit O unter die Kiste? Dahin soll ich O reinmachen? Oder was? Mach ich da, hast du O. Und jetzt? Ist ja gar nichts. Diamant. Ich hab hier noch dieses Zeug. Die kommen, glaub ich, da hin. Ich sortiere es ja bei Weinen per Hand. Ist auch lustig. Muss man auch mal gemacht haben. Es kommt immer so... Es macht bestimmt viel Spaß. Ja, es kommt halt so viel Stuff hier unten an, das kannst du nicht alles per Hand sortieren, ne? Ich kriege die Kiste ja nicht so schnell leer, wie ihr neues Zeug reinkommt. Broken Silver. Bla, bla, bla. Was haben wir denn jetzt hier? So. Broken Copper. Dahin. Broken Iron dahin. Broken Gold dahin. Broken Silver dahin. Kohle. Dahin. Ich verstehe es nicht. Vor allen Dingen müsste er ja... Jetzt hab ich hier ja noch zweite Kiste. Wenn ich hier anschließe, zum Beispiel hinten an das System. So. Und hier das Ende. Oh, guck mal hier. Ich setze hier hin und es sortiert alles ein. What the fuck? Also alles, was er kannte zumindest. Den Gloucester und das sortiert er nicht ein. Den Gunpowder nicht. Titanium und PB. Wieso sortiert er diese Sachen nicht ein? Wenn er doch gerade alles andere einsortiert hat hier. TI, PB. Ich gucke mal, ob ich das irgendwo hinpacken kann. PB habe ich hier. Also der hat gerade was einsortiert. Ich hab die Kiste woanders hingegangen ins System. Weißt du, da geht's. Hm. Ist die Kiste kaputt vielleicht? Ich hab eigentlich schon eine zweite gerade gecraftet. Okay, also ich brauche jetzt ein Flint in Steel, eine Tin-Kanisse. Wir sind immerhin das denn. Packt ihr das O darüber oder nicht? Oh. Okay. Oh, packt ihr das sofort weg. Okay. Du siehst mich so gerade so ein bisschen ratlos, ne? Also ich hab eine zweite Sortinggeschäfts angeschlossen und die funktioniert jetzt gerade. Wunderbar richtig. Warum hast du denn das dann nicht gleich so gemacht? Ja, weil alles... Das nützt mir ja nicht viel. Ja, das verstehe ich dann nicht. Wieso funktioniert das oder das aber nicht? NA ist nicht weggeflogen. Wieso ist NA nicht weggeflogen? Was ist da los? Okay, NA scheint nirgends voranzukommen. Warum nicht? NA hab ich doch auf jeden Fall schon. Oder da ist NA, da. Interessant. Ein paar Sachen will er nicht einsortieren. Alter, wo kommt das ganze Zeug her? Wollt ihr mich verarschen? Liebe Nina, bist du doch anwesend? Was für eine Kiste sortiert man Flint ein? Jetzt... Tut das... Kommt mal nicht. Ich hab die Kiste schon wieder dolly versetzt. Was soll das denn bringen? Jetzt steht da hinten ja auch nicht alles ein. Ne, seht ihr zum Beispiel das hier? Gut, das könnte sein, dass das noch nirgends gut gibt. Das Knochenmehl, ne? Das kann er dann wirklich mal absträuben. Okay, hallo. Hallo. Knochenmehl gibt's hier wirklich nicht. Dann packen wir Knochenmehl von mir aus da jetzt erstmal hin. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Auch reinste Absicht. Ich weiß. Ich komme nicht hinterher, das in die andere Kiste zu räumen. Hier kommt einfach viel zu viel Zeug an. Vielleicht liegt es daran. Vielleicht sortiert er... Hier! Flint sortiert er nicht ein. Hm. Flint 318. Warum sortiert er das nicht ein? Was ist da hinten für ein Flint? Ist das vielleicht eine andere Flintnummer? Flint 318. Es hängt überhaupt nicht so viel an der Kiste. Hier hinten geht es auch teilweise. Da steht nirgends, dass das nicht so groß sein darf. Das Nesser steht da nirgends wo. Außen habe ich hier unten auch schon getrennt. Man hat auch ein Tintkanister. Deswegen sortiert er das Flint jetzt auch nicht ein, weil das getrennt. Wie? Bitte sortiert er das Zeug ein? Das kann gar nicht sein. Das System ist gerade voneinander getrennt. Hä? Du scheinst ja richtig Spaß zu haben. Der hat gerade mein Zeug einsortiert, aber das ist gar nicht an das System angeschlossen. Ich bin gerade ein bisschen mega verwirrt. Jetzt muss ich doch nochmal überall aufreißen und gucken, ob es noch irgendwo eine Verbindung besteht hier. Aber ich habe die Verbindung ja gerade unterbrochen und er sortiert das trotzdem in die Kisten ein. So, jetzt brauche ich nur noch vier Heavy-Duty-Plates. Hier, drei. Dann ist die drei Rakete fertig. Wie geht das? Wie geht das? Moment, ich nehme jetzt mal hier Gold und... Hatte ich gesagt, vier, ne? So, das ist alles, was auf dieser Seite ist. Das heißt, der kommt da jetzt gar nicht ran, wenn ich das hier reinstopfe. Gucken, was damit passiert. Und so, eins hat einsortiert davon. Hä? Ich hole erstmal neuen Sauerstoff und dann überlege ich weiter, warum das hier nicht mehr klappt. Ich verstehe es aber auch nicht. Zu weit weg. Ach, Quatsch doch nicht. Das hat doch funktioniert alles. Das kann doch nicht zu weit weg sein jetzt auf einmal. So, da sind die Diamanten jetzt nicht einsortiert. Es ist ja auch in Ordnung. Aber wir müssen ja den Diamanten hier... Ach, komm mal, hier ist ja alles voll. Ich will doch da was reinlegen. Ja, komm, gib mir das scheiß Zeug jetzt hier. Ey, ist doch ekelhaft. Den Diamanten jetzt da rein. So, und den muss doch noch einsortieren. Das ist doch nicht zu weit weg. Das ist doch hier direkt. Warum ist die Empty hier eigentlich? Das sieht ähnlich aus. Ist das nicht das gleiche? Jo. Kommt wieder raus da. Da rein. Da habe ich noch mehr davon. Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Sind hier vielleicht zu viele Items drin? Kann doch nicht sein. Ich verstehe es nicht. Warte mal. Hier ist die Vernetzung irgendwo. Die geht ja irgendwo darüber noch, ne? Wo ist hier denn die Vernetzung? Da. Da hinten geht es ja. Okay, verstehe. Jo. Das heißt, wenn ich jetzt hier meinen Mondstein in die Kiste packen, wird der auch einsortiert, ne? Wird der nicht. Okay, wird der einsortiert? Auch nicht. Hä? Oh, no. 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 Witzig. Ja. Oh, no. Oh, no. Ich muss auch was mal wieder warm werden mit meinen Sprüchen. Das sortiert er auch nicht. Wieso sortiert er manchmal was ein und manchmal nicht? Also, ich vermute schon, dass er dann hin und her gerissen ist, auch durch, dass die Items um wir in zwei verschiedenen Stellen liegen, beziehungsweise halt zwei Kisten sind, anstatt nur einer. Dass er damit nicht klarkommt. Das, was in zwei Kisten ist? Ja, egal. Halt irgendein Item dann in zwei Kisten, weil die erste Kiste voll ist. Habe ich ja nicht. Oder habe ich das mit dem O gemacht? Mit dem O. Über dem O habe ich das jetzt, aber das ist, war vorher habe ich das nicht gehabt. Ich hätte nichts zweimal. Gib mir das O wieder raus. So, teilen wir das O hier in das O rein. Da ist auch schon O. Ich hätte vorher noch alles nur einmal. Mal. Kann Paul nicht auch in zwei Kisten. Aha, okay. Hier habe ich das. Und wo habe ich es noch? Da oben. Okay. Aber auch das lag vorher nicht in zwei Kisten. Ich habe wieder irgendwo Tin her. Wo kommt das Tin her? Oh, liegt nicht nur in zwei Kisten. Oh, liegt in so viele Kisten. Das ist... Ich habe hier unten übrigens auch noch irgendwo...